Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute mache ich einen Nachtsportvlog. Man sieht ja draußen, es ist schon dunkel, es ist jetzt mittlerweile halb zwölf und ich habe den ganzen Tag nichts hingekriegt, aber jetzt gehe ich in meinen Trainingskeller und da geht's los. Ja, meinen Plan, den verrate ich euch nach dem Intro. So, ich versuche heute 150 Liegestütze und 200 Sit-Ups mit dem Benzinball. Ich will das Ganze ein bisschen steigern, wie vom letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich nur 115 Liegestütze gemacht und 150 Sit-Ups. Jetzt muss es ein bisschen mehr sein, ich traue mir das zu. Und natürlich mache ich noch ein paar Übungen zwischendrin, ein bisschen Boxen und so ein Zeug. Ja, seid gespannt. Ja, seid gespannt. Ja, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. 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 Ihr seht, die Übungen sind alle so easy peasy. Die kann man im Wohnzimmer machen, in der Küche, im Kinderzimmer. Dann nicht, wenn die Kinder schlafen. Oder im Schlafzimmer, auf der Matratze, über der Frau. So, die Stütze. Ich mach mal weiter, bevor ich mich hier verlaube. Und wieder 20. 20. Komm. 1. 7. Es geht am Ende zu. Es geht am Ende zu. Ich hab sie nicht mehr am Stück. Aber ein paar mache ich noch. Ein paar mache ich noch. 18. 19. 20. Adrian. 18. 19. 20. Die letzten 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 20 20. Die letzten 20. Die letzten 20. 20 so das war mein Nachtsport das reicht es reicht definitiv für heute ich habe jetzt ich trage es mal ein 20, 40, 60, 80 100 200 200 Sit-Ups gemacht 200 Sit-Ups mit Medizinball Check dann habe ich noch drumherum diesen ganzen Workout-Kram gemacht keine 150 Liegestütze aber das ist scheißegal ich habe so viel anderes Zeug gemacht wie viele Liegestütze habe ich gemacht 20, 30, 40, 50, 60 60 und 16 79 sind 77 76 reicht 76 Liegestütze und dann die ganzen anderen Käse also Workout gemacht Check und Grüße an Rosario Bataglia rausgeschickt aus der dunklen Nacht aus meinem Keller Cheerio mit Sophie bis zum nächsten Sportvlog cook bis zum nächsten Sportvlog bis zum nächsten Sportvlog bis zum nächsten Sportvlog Video bis zum nächstenpt